Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mörder Mystery auf Epixel Zusammen mit Caden Hallo Pierre Hallo Brezel Moin Moin Und Simon Hallo Egal Egal, das nehmen wir jetzt einfach so Das nehmen wir jetzt einfach so Okay Ähm Ja, jetzt spielen wir auch in Mörder Mystery, okay? Ja Ja Okay Ja Ja So Jetzt kann man Ähm, wir nehmen K... Klassik, oder? Ja, Klassik Ja Ja Oh boy Ja Ja Hallo, seid ihr alle da? Ja Ja Seid ihr alle da? Ja 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 Let's go, alle rasieren. Hallopieren. Let's go. Das ist unheimlich, wenn ihr mir alle verfolgt. Das ist... Der Mörder hat sein Schwert. Cain, der Sterne. Die Erde, die 2, die 1 weggepferzt werden. Sag sofort, wenn ich das bin. Weil ich bin D-Ticket. Okay. Cain, schau mal hinter dir. Ich glaube... Oh meinst du... Scheiße, what the heck? For 8 miles in US. Oder? Warte, warte. Ich sage dir immer, wer es sein könnte. Ich kann dir nicht immer genau sagen. Kann sein. Ich sage dir gleich Bescheid. Wir drei alle auf einmal. Brasil, Brasil. Es könnte sein, dass er gucken will. doch doch weg ich weiß nicht weil es ist okay das da vorne ist ja nicht ja 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 der wenn sie mit komischen dingen w.a. ja ja wo wirst du bist wirst du bist wirst du bist hey wie versichere ich in die Lobby-Auslegung bin oh die geile an den seitdem du mit dem Burg in die Saar übelst ab hier ist noch so uff so na ja das braucht äh machen wir einfach nochmal blickig äh da können wir aber schnell immer viel anrichten ne ey im kopf 54% mörder schon ach du wie ich hab bei beiden 2% ich sollte eigentlich ein YouTuber ran haben ey lass aber so machen wenn jemand wenn wir sterben lass sofort muten lass aber nichts mehr sagen ja ok ok wenn die unten beginnen nix sagen außer man ist tot aber auch nicht sagen wer der Mörder ist ich meine reden aber ja weiß das ist aber einer von uns wenn ich zum Beispiel jetzt äh sterben dann die diese abschlachte dann muss er sich sofort muten ja abschlachte aber das ist richtig scheiße normalerweise ich als YouTuber ich sollte normalerweise noch reinkommen das ist ja nur bei Disco der ähm ja äh ja 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 was habe ich für die ja 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 ich glaube die haben nur 1 GB bei Trampus auch zugewiesen sonst ist es doch für die zu schwarz so öh ich bin hinter dir Brezel ich war's nicht ja dann muss ich auch nicht auf mir auf ihn nehmen ich auch nicht ich bin ich mich ich bin ich bin wollt wenn der mörder und meyer in meiner nähe ist dann ruhig mir ich sag ja nicht lang lebt auch noch vielleicht hier und hier frieren noch so ein mann lieb ich brauche ich war an der sie dass sie ist dass die es wäre man die freundlich so von einem jahr anredet die er in die schweißen erschweren ob die ob das kommt vergessen das nächste Mal was ist acht schweißen die ihr einfach nur drei prozent meiner chance also kommt ihr vertraut ihm 18 Prozent kommt auch die Schlesse und er schießt ich sehe die er ehrt ein Schwertsschweißer und funktioniert so kann man kommen und er ist schon wieder das ist schon wieder mal nach Ohl, na schätze ich. Muss man für Gold gespuckt? Ja, bei Gold. Oh Mann. Ach, das ist die Aspen, aber ich sage, was für die Achterbahn ist. Ich? Ja. Ach so, ja, das ist die Achterbahn, nur haben die umgesteilt zu Hasen. Ah, stimmt, das ist ja Ostern! Oh, wo ja was? Hey! Der Typ! Der Typ! Hübschen zwar Gold, ha? Kann es sein, dass... Oh, Gott. Mein WLAN. Ah, mein WLAN. I got it away. Oh. Scheisse, mein Standpunkt funktioniert nicht. Wieso funktioniert mein Standpunkt nicht? mein Soundbad funktioniert nicht, wieso? Geh weg, Misse! Simon, komm her! Schau mal, was ich hier habe! Was denn? Erschwert! Boah! 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 Sammen ihn Hundert Einspiel passer Oma Wü � not Wundermar Cup Weiß G long In student Giri Mato Tomato Hallo? Hallo! Ich bin gespitzt, ich wird nicht so viel geredet Simon verpiss dich Ich hab's ja 3 Gold Wo? Schüsse! Ich hab' nicht 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 Hallo? Das ist was Soldatigen, ja So Keine Ahnung Oh nein, oh nein Pass auf Ich brauch' ein Gold Wer ist das nicht beim Bogen? Äh, Digga, geh weg doch Du bist so dumm Du auch Wer braucht Gold? Du reitest einfach Du reitest einfach auf mich zu Hinter dir hinter dir hinter Ihr wollt' nicht trocken Ich hab' oben, ich hab' oben Hier, da oben kämp' dann Da oben kämp' dann voran Nein, ich bin nicht tot Er hat mich getroffen Hast du den Bogen noch? Ja, aber ich hab' keinen Pfeil mehr Ich hab' keinen Pfeil mehr Ja, was ist denn der Abkampf? Ach Digga, der fuck Jetzt kann ich nur noch laufen Ja Ja, verfolgt den Typen, Rotton Sie verhielt da Wie? Davon ist das nächste Opfer, ach du Scheiße Ich hab' halt auch nichts mehr Okay, ich kann Ich kann mich in die Ecke Wenn er kommt, gehe ich noch Schau' mir zu Ehh, warte Oh, der ist Wenn der durch ein Haus kocht wo ich bin Ja, okay Ichationssekt mich Ich würd' nicht gofben Da geht der überlebene jetzt ist wirklich jetzt einfach laufen erst durchlaufen woanders jetzt siehst du wo ich auch immer kreis aber ich wollte er er ist er er ist er er hat auch so klopft die stelle ja er hat gesagt er ist innocent bevor der zeitel gekommen ist so wie sie sich auf foto das ist ja wir haben uns entfernt von dir ja ja also bitte doch wer ist es könnte mir sagen nur in der Bank und für die Verlängerung ein bisschen tot und dann kommt auf der Hauptsitzung er schwarz dafür haupt blauer kopfen in alle das was mit dem video das war es für uns von Pierre, Bresel, Simon und King. Tschüss. Und somit war es jetzt auch von mir. Tschau.